Am liebsten würde ich ihm den Hals umdrehen. Mal ganz ehrlich, hattest du diesen Gedanken nicht auch schon mal? Nicht um ihn in die Tat umzusetzen, aber weil dieser andere dich tief verletzt hat, dir Leid zugefügt und dich erniedrigt hat, ganz gleich in welcher Form und in welchem Ausmaß. Vielleicht stellst du fest, da ist mir jemand zum Feind geworden. Solche Situationen schreien eigentlich nach Versöhnung, aber wenn wir ehrlich sind, das geht nicht immer. Vielleicht, weil dieser andere nicht verfügbar oder bereit ist zur Klärung, vielleicht aber auch, weil ich es nicht oder noch nicht angehen kann. Das Geschehene schmerzt einfach zu sehr. Was machst du dann mit deiner Wut, mit deiner Enttäuschung, ja, mit deinem Schmerz? Ich bin der Überzeugung, Beten für die Feinde geht nur, wenn es ein Gebet voller Ehrlichkeit ist. Du darfst dieses Gebet damit beginnen, dem Herrn dein Leid hinzuhalten. So nimmst du dich und deine Bedürfnisse wahr. Du darfst dich richtig beklagen. Ich glaube sogar, du musst es, denn nur so kann etwas in Bewegung kommen bei dir und beim Anderen. Genau deswegen gehören die biblischen Klagezahlen zum Gebetsschatz der Kirche. Sie nehmen das Erlebte ernst. Irgendwann wird es vielleicht stiller und ruhiger in dir und es kann die Einladung sein, den Blick auf den Anderen, den Feind zu lenken. Nach meiner Erfahrung braucht dies eine wirkliche Entscheidung. Ich will nicht bei meinen Gefühlen stehen bleiben. Ich will nicht, dass das Leid und der Schmerz allen Platz einnehmen. Ich will mich daran erinnern, dass auch mein Feind ein Geschöpf Gottes ist. Mein Feind ist mehr als das, was er mir angetan hat. Nur wenn ich ihm dies zugestehe, kann etwas in Bewegung kommen. Wenn es hier konkret wird, spüre ich zumindest schnell, wie schwierig und anspruchsvoll das ist. Aber ich möchte dich dazu einladen, es zu versuchen. Glaube mir, es lohnt sich. Konkret könnte es so aussehen. Herr Jesus, du weißt, was mir geschehen ist und wie schwer es mir fällt, in meinem Feind mehr zu sehen, als das, was er mir angetan hat. Ich kann ihm noch nicht verzeihen, aber ich stelle ihn hier in deine Gegenwart. Sieh du in ihm das Gute, was ich nicht zu sehen vermag. Dieses erste konkrete Gebet für meinen Feind braucht Kraft. Und es braucht viel Zeit, Wiederholung und Geduld. Du darfst dir diese Zeit nehmen und erlauben. Sei ehrlich zu dir und deinem Gott, der mit dir ist in diesem Gebet und sich über deine Versuche freut. Sag ihm ruhig, wenn es dir nicht gelingt, für deine Feinde zu beten, aber bleib treu in der Absicht, es zu wollen. Ich bin davon überzeugt. So kann ganz langsam etwas wie Frieden entstehen. Nur so kann etwas heil werden. In dir und auch in deinem Feind. Ich wünsche dir viel Mut und Vertrauen. Ach ja, und danke, dass du so einen Samenfrieden auf der Erde aussähst. Dann ist das Wort mit deinem Feind. Ich bin Letter. Ich bin davon überzeugt. Untertitelung. BR 2018